Bis jetzt hält es sich noch in Grenzen. Es sind immer noch 100 Tage Zeit. Wir haben noch genügend Dinge vorher zu tun, also Euro-Meisterschaften und auch die nationale Qualifikation. Dennoch freue ich mich natürlich. Es ist für mich natürlich nicht so viel Neuland wie für andere. Es sind meine dritten Spiele dann. Aber es ist trotzdem immer wieder ein neues, aufregendes Erlebnis. Eine Medaille wäre super, Farbe ist erstmal egal. Ich habe schon eine Medaille 2008 gewonnen, aber der Gedanke bei mir, mitmachen ist alles, ist ein bisschen niedrig gefasst oder ein bisschen tief gehalten, wenn man dann schon mal mit einer olympischen Medaille nach Hause gefahren ist. Deswegen probiere ich das jetzt noch mal. Ich freue mich einfach den olympischen Flair wieder zu erleben, weil es das letzte Mal schon wieder vier Jahre her ist. Einfach andere Sportarten im gleichen Dorf zu begrüßen, zu treffen, andere Sportarten zu bestaunen, wie die auch ihre olympischen Spiele abfechten werden. Und ja, das macht einfach den olympischen Geist aus.